Auf russischem Zupfkuchen ist keine Glasur. Als Kasimir das erfuhr, kannte er immerhin schon Elkes Namen. Elke, hatte sie ihm geantwortet, nachdem er sie gefragt hatte, und wie heißt du? Davor waren sie beinahe übereinander gestürzt, wegen des Kuchens und des Kuchenblechs. Nun, die richtige Reihenfolge geht so. Das Blech war schon über ihm, da schrie er, pass doch auf. Elke erschrak und machte, oh, hey, siehst du mich nicht? Nein, ich höre dich nur, aber ich stehe direkt vor dir. Elke nahm das Blech vorsichtig beiseite. Ach, da ist ja ein Kind. Was machst du da? Ich bringe Kuchen ins Café. Was für Kuchen? Russischen Zupfkuchen. Hat der Zitronenglasur? Nö. Schmeckt der? Klar. Kriege ich ein Stück? Elke musste nicht zweimal überlegen. Klar. Danke. Wie heißt du? Elke, und wie heißt du? Kasimir. Damit war alles besprochen. Gemeinsam gingen sie ins Café. Eigentlich hätte Kasimir in die andere Richtung weitermarschieren müssen. Am Ende der Lubitsch, gleich an der Ecke zur Murnaustraße, war sein Kindergarten. Dorthin sollte er schnurstracks gehen. Dorthin sollte er schnurstracks gehen. Das hatte er hoch und heilig versprochen. Es hatte gedauert, bis Kasimir die Erlaubnis erhielt, ganz alleine und ohne Aufsicht in den Kindergarten gehen zu dürfen. Aber du versprichst mir, dass du schnurstracks hingehst, nicht stehen bleibst, mit niemandem mitgehst, dich nicht ansprechen lässt und auch niemanden ansprichst, bis du im Kindergarten bist. Vater hatte ihm den korrekten Schwur vorgemacht. Sag, ich schwöre. Es dauerte, bis Kasimir die richtigen Finger gefunden hatte. Der Rest war aber kinderleicht. Kein Monat später hatte er den Schwur vergessen. Er saß im Café, einem Ort, den sein Vater nicht besuchte, weil der Kaffee dort so teuer war. Elke hatte sich ihm gegenübergesetzt. Sie unterhielten sich über Kuchen und Kasimir. Wie alt er war. Kasimir, nicht der Kuchen. Warum er allein in die Kita ging. Na, weil ich schon fünf bin. Was Vater beruflich machte. Ich muss immer mit ihm spielen, den ganzen Tag. Kasimir wollte auch was wissen, nämlich. Warum ist der Kaffee hier so teuer? Das war eine Frage, die Uwe, der Typ, dem das Kaffee gehört, gar nicht mochte. Der ist nicht teuer, hatte Uwe über den Tresen in Richtung Kasimir gebrüllt. Allein die Kaffeemaschine kostete sechstausend. Die muss ich bezahlen. Von meinem Geld. Die Miete, die Stühle, die Computerkasse. Alles kostet Geld. Da kann ich den Kaffee nicht verschenken. Das ist aber schade, antwortete Kasimir, denn dann wäre dein Kaffee voll. Uwe starrte böse zu Kasimir. Elke und Kasimir sahen zu Uwe und warteten auf eine Antwort. Da hat Kasimir schon recht, behauptete Elke, als immer noch nichts kam. Uwes Kopf wurde puterrot. Er verschwand in die Küche. Jetzt musst du aber in den Kindergarten gehen. Die werden sich bestimmt Sorgen machen, wenn du nicht kommst. Stimmt, ich geh. Er stand auf, nahm seinen Regenmantel und seinen Schildkrötenrucksack und ging zur Tür. Warte, ich werde dich begleiten. Aber Kasimir wollte das nicht. Ich bin selber groß. Elke war viel zu schwer, um einfach hinterherzueilen. Der Junge weiß, was er will, dachte sie, als sie ihn so weggehen sah. Dann stand sie langsam auf, rief Uwe ein lautes »Bis später!« zu und wartete vergebens auf eine Antwort aus der Küche. Sie zuckte mit den Schultern und ging. So hatten sie sich also kennengelernt. Elke und Kasimir, Uwe und Kasimir. Elke und Uwe kannten sich schon. Wenn man sich kennt, kann man sich wieder begegnen.